Hallo lieber Krebs, wie schön, dass du wieder den Weg zu mir gefunden hast auf meinem YouTube-Channel. Falls du heute das erstmal mal bist, hi, ich bin Martina, ich lege hier Tarot für dich. Ich mache jetzt dein Reading für den Dezember 2024. Du kannst dir dieses Reading sehr gerne angucken, wenn du Krebs in einer deiner Platzierungen hast. Sehr willkommen sind hier auch die lieben Crosswatcher. Und ich möchte mich, bevor ich beginne für dich zu legen, lieber Krebs, erstmal bei dir ganz herzlich bedanken. Oh, der Eremit hat sich im Deck gedreht, das merken wir uns. Und ganz herzlich bei dir bedanken fürs Einschalten, fürs Wiedereinschalten, für das Teilen meiner Inhalte, fürs Abonnieren, fürs Kommentieren. All das hilft meinem Channel, hier weiterhin so schön zu wachsen und zu gedeihen, wie er es in den letzten Monaten getan hat. Also nochmal vielen herzlichen Dank dafür. So, also gedreht hatten sich im Deck beim Shuffle der Eremit und die Königin der Kelche. Das ist deine Karte, Krebs. Es ist möglich. Ach nee, vorher. Entschuldigung. Uh, jetzt bin ich ganz durchnen, weil sie schon die Karten gedreht haben. Also, ich habe mich bereits mit der Energie verbunden und gereinigt und geklärt. Wir hatten als erstes drin den Eremiten und die Königin der Kelche. Das sagt mir, möglicherweise sind manche Krebse gerade ein bisschen zurückgezogen, was die eigene Emotionswelt betrifft oder sich ein bisschen vom Ausnahmen abnabeln. Also, Krebs, möglicherweise bist du gerade dir deiner Gefühle zu einer Situation oder einer Person durchaus bewusst, aber du redest aktuell nicht mit jedem darüber, weil du Großes vorhast in deiner Liebe, also was deine Liebe angeht. Vielleicht mit einer Person oder was deine eigene Zukunft angeht. Also, es muss ja nicht immer, wenn ich von Gefühlen spreche, muss es sich ja nicht immer auf eine andere Person beziehen. Es kann durchaus auch sein, dass es darum geht, dass du über ein Herzensprojekt nicht mit jedem sprichst, sondern das lieber aktuell mit dir selbst ausmachst. So was hier. Okay. Wir schauen mal. Also, Königin der Kelche und den Eremiten behalten wir im Kopf. Herrscher. Interessant. Der Teufel. Und, uh, also, Krebs. Es geht darum, ich mache es so rum, wie es gefallen ist. Das bist du. Du schaust hier auf Entscheidungen. Und ich habe gerade eben über Emotionen gesprochen. Also, wir haben hier zwei der Stäbe, den Teufel und den Herrscher. Es geht darum, dass du eine Entscheidung treffen darfst, wie du künftig vielleicht mit alten Denkmustern, vielleicht sogar bei manchen ein Trauma, umgehen kannst, damit du weiterkommst. Also, du möchtest, auch wenn du eine Frau bist, die mir zuschaut, du möchtest über dein Leben, ja, das klingt dann immer so hart, wenn man das so sagt, die Kontrolle haben. Also, die, ähm, dass du gesicherte Verhältnisse hast, dass du finanziell stabil dastehst, dass du, ähm, dass du, ja, dem Teufel so quasi ins Gesicht blickst. Oder ins Auge, weil du jetzt bereit bist, Krebs, im Dezember 2024, drehst du wieder richtig rum, im Dezember 2024, warte, so rum war es, Herrscher war der Erste, so. So, muss er wieder richtig machen hier, ähm, dass du bereit bist, mein lieber Krebs, ähm, jetzt Dinge, Dingen ins Auge zu blicken oder auch dem Teufel ins Auge zu blicken. Der Teufel steht für deine Süchte, deine Ängste, deine Abhängigkeiten. Möglicherweise hast du auch mit einem, mit einer Person mit Steinbockplatzierungen zu tun oder mit, äh, Widderplatzierungen. Das sind die jeweiligen Zugeordneten, den jeweils großen Arcana, die wir hier auf dem Tisch haben oder selbst diese Platzierungen. Aber ich glaube, es geht hier darum, tatsächlich, du schaust dem Teufel ins Auge oder, ähm, und trotzt ihm, also trotzt deinen eigenen Ängsten, deinen eigenen, vielleicht, Unsicherheiten, was eine Sache in deinem Leben angeht. Also es muss jetzt hier nicht immer Liebe sein, es kann auch durchaus sein, dass du beruflich weiterkommen willst, aber immer noch so einen inneren Kritiker in dir hast. Ich hatte jetzt letzte Woche, ähm, ein geführtes Sehengespräch mit einer Klientin und die hat davon gesprochen, dass sie, ähm, oftmals, wenn sie halt locker und gelöst sein will und auf eine Party gehen will zum Beispiel, dass sie dann, ähm, immer in ihrem Kopf hört, so nach dem Motto, da brauche ich eh nicht hin. Und sowas kenne ich auch, also von ganz, ganz früher, heute nicht mehr. Heute bin ich so, ähm, also dass ich die, dass ich sowas nicht mehr habe, weil wenn ich nicht hingehen will, gehe ich nicht hin. Aber ich bin natürlich happy, wenn ich wo eingeladen werde und wo ich von Herzen gerne hingehe. Aber ich meine so vom Prinzip und ich habe das Beispiel gerade genannt, weil wir kennen das doch alle, dass irgendwas in unserem Kopf uns blockiert, das zu tun, was wir gerade tun wollen, weil eine Stimme in uns sagt, Krebs, ähm, du brauchst da jetzt nicht hingehen auf diese Veranstaltung, weil, ähm, ob du da bist oder nicht, ne? Also so zum Beispiel jetzt, also es kann natürlich auch für jeden unterschiedlich sein. Ich denke, es geht aber darum, so im Großen und Ganzen, wir kennen alle den inneren Kritiker. Und wenn der zu uns spricht, dann, ähm, will der uns natürlich auch ausbremsen. Und es geht dann darum, für uns einen Weg zu finden, dem Ganzen zu trotzen. Und ich glaube, wenn du, mein lieber Krebs, dem Teufel im Dezember 2024 in die Augen schaust und ihm trotzt und sagst, ich mach das jetzt aber, ich durchlebe diese Angst. Ich, ähm, und auch wenn ich Angst habe, ich komme dadurch, dass ich diese Angst durchlebe, dass ich dem Teufel trotze, komme ich in die Selbstbestimmung. Und das ist mega gut. Es geht hier vielleicht auch um Finanzthemen bei dir. Oder du hast mit einer Person der Erde zu tun, auch in dieser Hinsicht, einem Steinbock, einer Jungfrau, einem Stier. Ähm, oder es ist halt einfach nur die Energie, dass es vielleicht sich auch mit Geldthemen irgendwie spiegeln könnte oder so. Wir gucken mal weiter, aber das ist auf jeden Fall schon mal eine echt krasse Message für dich, Krebs. Durch deine Ängste hindurch in deine Selbstbestimmtheit. Das finde ich gut. In die Selbstbestimmtheit, ne? Weil manchmal ist es auch so, ihr krebse, ihr seid ein Wasserzeichen. Das heißt, ihr seid sowieso sehr in den Emotionen verhaftet und sehr, ja, also ihr könnt auch die Emotionen von anderen Menschen spüren. Und eigentlich seid ihr auch recht oft, also ich sage jetzt mal zu 99 Prozent der Fälle, 99,9 Prozent der Fälle, hat eure erste Ahnung über eine Person, wenn ihr sie kennenlernt, auch, ja, Erfolg. Das ist, wenn ihr ein komisches Gefühl bei einer Person habt, dass das dann vielleicht auch meistens so stimmt. Ähm, aber es gibt halt auch manchmal Momente, da lassen wir uns auch täuschen, ne? Da ist unsere Intuition dann halt auch irgendwie gerade nicht anwesend und dann sind wir am Ende enttäuscht so, ne? Und ja, also es geht für dich um Selbstbestimmtheit und vielleicht sogar um Finanzen. Wir gucken mal weiter. Wie geht das hier weiter für Krebs im Dezember? Ja, uh, okay. Ah ja, okay, ich verstehe. Also, es mag sein, dass etwas Unvorhergesehenes passiert, was dich so aus dem Konzept bringt. Beziehungsweise, ich nehme es eher so warm, dass diese Ängste, die du durchlebst mit Absicht sehenden Auges, dass es bei anderen Menschen einen Turmmoment auslöst, weil Krebs war ja immer nie eine Person, die uns getrotzt hat. Also, wenn das jetzt Personen sind, die dich immer kleinreden wollten oder die dir immer ein unsicheres Gefühl geben wollten, du kennst es. Es gibt diese Menschen, die sind einfach besessen davon, dir den Tag zu versauen. Und das ist deren Lebenselixier, nennt sich auch Persönlichkeitsstörung. Darüber möchte ich jetzt aber nicht reden, weil sonst ist das dann hier ein Aufklärungsvideo, wie man mit sowas umgeht. Und naja, du weißt, was ich meine. Und ja, auf jeden Fall, ich nehme es eher so wahr, dass du der Welt quasi trotzt, also wenn andere Menschen es sind, die dich hier klein halten wollen, die da machen wollen, du trotzt dem Ganzen, das kennen die gar nicht. Und das verursacht nämlich bei denen einen Turmmoment. Und weil du nicht nur dem Teufel, sondern halt auch diesen Ängsten mit den Neun der Schwertern, du hattest vielleicht nie Mut, dich dagegen aufzulehnen, falls das Personen sind oder gegen deinen inneren Kritiker, was ich vorhin sagte. Und dadurch verursachst du aber einen Turmmoment. Also dass alte Strukturen wirklich aufbrechen können dadurch und du einfach, ja, wie der strahlende Sieger, die strahlende Siegerin da rausgehst aus der Aktion. Es ist so, dass du dich immer zurückgehalten hast mit den vier der Münzen, also entweder Zurückhaltung geübt, in dem Fall dich gegen diese Menschen, die dich manipulieren und klein halten wollten, aufgelehnt hast, also nicht aufgelehnt hast. Und jetzt auflehnst, das meine ich. Und auch wenn dir das ein bisschen Sorge macht, was wird passieren, was werde ich, was wird da draus, werden die Leute mich fallen lassen oder so. Also guck mal, du hast Menschen in deinem Leben, drei der Kelche auf der Rucksäle des Decks, du hast durchaus Menschen in deinem Leben, die dir wohl gesonnen sind, die dich unterstützen bei deinem Vorhaben und die nicht sagen, ja, Krebs ist aber immer, zum Beispiel, wenn es jetzt Menschen sind, die dich immer klein halten wollen, sind nicht alle der Meinung, Krebs ist immer falsch, Krebs hat immer nicht recht oder, ja, Krebs macht immer alles falsch. Es gibt diese Menschen, die wollen einen da so reindrücken und ich habe das jetzt auch erst wieder im Privatumfeld gehabt und gesehen und da habe ich mir das mal so eine Struktur angeguckt und dann dachte ich mir, wow, das ist ja wirklich massiv toxisch hier. Also und es gibt wirklich leider diese Menschen. Aber Krebs, es geht bei dir im Dezember 2024 ganz klar darum zu schauen, auf wen du dich verlassen kannst und auf wen nicht. Und du wirst dann da auch deine Schlüsse draus ziehen und deine Schlussstriche, wenn es diese Menschen nicht mehr sind. Ja. Weiter, Krebs. Ich finde es krass, aber ich kann dir sagen, sich von Menschen zu verabschieden, weil sie einem nicht gut tun, ist eigentlich das Beste. Das ist ein Riesenakt der Selbstliebe, kann ich dir sagen. Wie geht das jetzt zu Ende für Krebs? Ah, uh, das lieben wir. Okay, Krebs. Dadurch, dass du das durchexerzierst und das ist eine schwierige Aufgabe, das weiß ich. Warte, ich muss mal ganz kurz ein Stückchen trinken, weil das ist hier echt, äh, mh, ist hier echt ein bisschen deep. Also dadurch, dass du so tapfer bist, Krebs, und das durchexerzierst, auch wenn es dir schwerfällt, das Ganze, und du nicht weißt, wo ist mein Halt, wer unterstützt mich dabei, dafür, dass du so tapfer bist, kommst du auch vorwärts. Also unterm Turm gefallen sind die Acht der Münzen. Du möchtest nicht stehen bleiben, du möchtest, also du möchtest auch nicht in diesem Stillstand fahren, sondern du sagst, nein, jetzt erst recht, ich arbeite weiter da dran, ich kämpfe für mich, für mein Seelenheil, für mein Recht. Acht der Münzen. Du investierst deine Energie, die du jetzt vielleicht noch übrig hast, zu diesem Monat, im Dezember 2024, du investierst deine Energie da rein, dass du für dich gucken kannst, okay, ich werde da weitermachen, ich werde nicht stehen bleiben und nicht vom Teufel aus Angst getrieben sein, ich mache weiter und dadurch, und das ist extrem gut, weil dieses Jahr ist das Jahr der Kraft, das hier ist Löwe-Energie, also vielleicht hast du auch Löwe-Platzierungen oder mit jemandem zu tun oder jemand ist ein großer Unterstützer, der Löwe ist oder Löwe-Platzierungen hat. Du kommst in deine eigene Kraft dadurch, weil du dich halt eben nicht unterkriegen lässt und das finde ich mega gut, weil du diesem Teufel halt trotzt. Ich finde das total toll und ja, es ist zwar ein schwieriger Weg jetzt diesen Monat, ja, aber du wirst am Ende total gestärkt rausgehen und sagen, ja, ich habe das geschafft, aus meiner eigenen Kraft raus, vielleicht auch mit Unterstützung von manchen Menschen, die mir wohlgesonnen sind, die halt echt liebevoll mit mir umgehen, die nett sind und die Menschen, die halt das von mir nicht erwartet haben, die lasse ich im Turm zurück, für die bleibt nur die Asche vom zusammengefallenen Turm. Und ja, die Sonne, das größte Glück des Decks, des ganzen Decks, das ist wunderschön, also das ist das, was dir am Ende bleibt. Das ist auch zweimal Löwe-Energie, also ziemlich präsent ja auch mit dem Feuer. Ja, es geht darum, ins größte Glück zu kommen, weil du gewillt bist, diese Angst zu überwinden, diese Ängste und du sagst, okay, ich gehe da jetzt aber durch meine Angst durch und auch wenn ich vorher vielleicht keinen Erfolg damit hatte und nie dagegen ankam, was auch immer es sein mag. Du kommst dagegen an und das Universum beobachtet dich auch und kann auch durchaus sehen mit dem Gericht, wie viel Energie du reingibst, wie viel du kämpfst und du kriegst eine zweite Chance dadurch, also für dein größtes Glück. Und das ist der Kelche. Also es geht hier ganz klar Krebs nicht um einen Gegenüber. Nein, habe ich hier nicht, aber es geht halt wirklich um dich und um dich durchzusetzen. Gegen Menschen, die unfair waren, gegen Strukturen in deinem eigenen Kopf, wo du dir selber in dem Weg stehst damit oder so. Aber ja, du kriegst dann dadurch, dass du das hier durchmachst, dann auch wirklich ein Kelch angeboten von oben. Vielleicht eine Riesenportion Selbstliebe, vielleicht aber auch dadurch, dass du dich von was freistimmst. Es ist ja so, wenn auf unserer Seele was draufliegt, was uns unser Leben lang blockiert, glücklich zu sein, dann werden wir auch nicht glücklich, weil so eine Blockade vorliegt. Aber ich glaube dadurch, dass du für dich hier einstehst ganz doll und für dich selber da durchgehst und sagst, okay, ich mache das jetzt, ich bin jetzt mutig, ich mache das jetzt. Dadurch kriegst du vom Universum ein Kelch gereicht. Kann für dich sein ein großer Akt der Selbstliebe, dass du das für dich getan hast, aus deiner eigenen Kraft raus und dann dadurch als Sieger, als strahlender Sonnensieger da rauskommst. Oder es kann sogar sein, dass dadurch in Richtung Beziehung, Partnerschaften oder Freundschaften sich wieder was Neues gelöst hat und diese Beziehungen halt auch viel lockerer und schöner sein können dadurch. Also Krebs, mein lieber Krebs, halte durch, was du da machst. Du machst das grandios. Und ja, wenn es dir auch so sehr gefallen hat wie mir, freue ich mich wie immer sehr über dein Like, dein Abonnement, Kommentar. Teil dieses Video sehr gerne mit allen, die du auf Tarot kennen sollten. Ab dem 1. Dezember gibt es wieder den Tarot Adventskalender. Ihr habt ihn euch gewünscht, jeden Tag ein allgemeines Reading. Ich hoffe, ihr schaut alle zu und seid dabei. Ich freue mich schon sehr darauf. Und wenn du einmal mit mir zusammen spirituell arbeiten möchtest, also dein eigenes Reading haben möchtest, ein Coaching für Seelenpartner oder in deine Leichtigkeit, also in deine Selbstliebe und das hier war ein absolutes Selbstliebe-Reading, freue ich mich sehr über deine Kontaktaufnahmen. Ich mache auch noch andere Legungen und geführte Seelengespräche. Such mich gerne auf über meine Webseite, alles in der Infobox verlinkt. Du kannst auch gerne Kontakt mit mir aufnehmen per E-Mail oder per WhatsApp, aber dann ruf mich nicht an bitte, sondern hinterlass mir eine Nachricht. Ich melde mich dann so schnell, ich kann zurück. Okay, das war es erstmal von mir, mein lieber Krebs. Danke wieder für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal sage ich euch, mögen wir uns wiedersehen. Bye! Vielen Dank.